Hallo ihr lieben Wollfreundinnen, hier nochmal ein kurzer Tipp von mir. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht selber schon entdeckt habt, aber ich finde es so schön, dass es jetzt auch solche, ja das dürfte Velourleder oder Kunstleder sein, Etiketten gibt, die man an seinen Werken festmachen kann. Ich mag immer gern dieses Made with Love und genau, die gibt es hier so als Schildchen, dafür habe ich mich jetzt entschieden oder eben hier auch als Klappschildchen, das dann hier so um den Rand fest genäht wird. Und wie ihr seht, gibt es die in vielen Farben und ich muss gestehen, die hier habe ich jetzt bei Temu gekauft, war sportbillig, ich glaube 1,10 oder so diese ganzen Etiketten. Es gibt sie aber ethischer auch bei Etsy. Okay, macht's gut, eure Wollfreundin.